Und damit willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ich hab ein bisschen was geeditet. Und zwar, wie ihr sehen könnt, meine Vorbild- und Abtrünnigenleiste sind beide randvoll. Und zwar hab ich das deshalb gemacht, weil ich versuche hier gerade einen Paragate-Charakter zu spielen. Und ich weiß nicht mal, ob das überhaupt geht, ohne dass das Spiel einen dafür bestraft. Und wenn, müsste ich wahrscheinlich alles machen, was dieses Spiel zu bieten hat. Denn es reicht nicht nur, eine bestimmte Anzahl an Punkten zu haben, um zum Beispiel jemanden einschüchtern zu können. Sondern man muss hingehen, praktisch, wenn ich irgendwo hingehe, ich sag mal jetzt Omega oder die Citadel. Dann geht das Spiel hin und sagt, du kannst da so und so viele Paragon- und so und so viele Renegade-Punkte haben. Und daraus errechnet das Spiel dann, bei den ganzen Orten, wo man schon war, wie viele Punkte man insgesamt schon haben kann. Und wichtig ist der Prozentsatz der Punkte, die man davon schon bekommen hat. Das heißt, wenn ich 500 Punkte habe, aber 1000 schon haben könnte und 75% der Punkte muss ich haben, dann reicht das nicht. Aber ganz ehrlich, wenn ich 500 Punkte habe und ich könnte 600 haben, reicht das. Und wie gesagt, ich versuche hier gerade Paragate zu spielen. Und deshalb bin ich halt jetzt hingegangen und habe beide Werte, ich glaube, auf 1165 gesetzt. Resultat war aber, dass, egal wie viele Paragon-Hunkte ich hatte, ich habe das irgendwann mal testweise auf 9000 gesetzt. Mit 1165 abdrücklichen Punkten. Und ich hatte trotzdem noch Narben. Deshalb habe ich mir dann auch noch 50.000 Platin gegeben und das Krankenstation-Upgrade geholt. Einen anderen Effekt, außer dass ich keine Narben mehr habe, hat das Ding eh nicht. Also, da kann mir keiner was erzählen. Und Caddy sagte mir gerade, dass Jack mit mir reden will. Das heißt, ich würde sagen, wir tun das. Die ist aber hier. Bevor wir uns in die nächsten Missionen stürzen. Ich sage es so, ich glaube, Mass Effect 3 löst diese ganze Paragon-Rendergate-Geschichte schon ein bisschen besser, weil da zählt es, glaube ich, nur, wie viel man insgesamt von beidem hat. Ich habe mir Gedanken, wie kleine Böge, in und aus meinem Kopf. Ich kann sie nicht stoppen. Du kennst, ich habe eine Geschichte mit Cerberus. Du kennst, wie weit nach hinten geht es? Ich höre alles, was du sagen musst, Jack. Dein Freund, der Elusive Man? Ich habe ihn nicht gesehen, aber Cerberus hat mich gegründet. Das erste, was ich erinnere, war meine Zell-Tür in einer Cerberus-Base. Sie haben Experimente, haben mich drüben, haben mich gegründet. Qualse Chance, dass ich normal sein hätte, haben sie sie verraten, indem ich mich in ein Superbiotik zu verändern. Die Doktor. Die anderen Kinder. Jeder von ihnen hat mich liebt. Sie lassen mich so zufragen. Was ist denn den anderen Kindern passiert? Es gab andere Kinder in der Basis. Ich wusste nicht viel über sie. Ich war separat. Sie liebten mich, wie alle anderen da. Wenn ich rauskriege, musste ich mit ihnen alle kämpfen. Ich zeigte ihnen. Aber es ist ein Schmerz, das ich mitzunehmen muss. Du bist absolut sicher, dass Cerberus in der Basis war? Ich war ein Kind, aber ich war nicht dumm. Ich wusste, wie zu hören. Es war Cerberus. Ich wusste, wie weit nach der Reihe es war. Sie glaubten, dass sie so clever waren. Es ist, dass du mit jemandem zu tun hast, und du kannst einen Schmerz-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base-Base. Ich spreche mit dem elusiven Mann. Und er besser hat ein paar Antworten. Er wird nur alles verabschiedet. Das ist nicht, was ich nachher bin. Ich habe die Koordinaten in deinen Fakten gefunden. Ich will nach der Telton-Fasilie auf Pragia, wo sie mich torturten und drogten. Ich will nach dem Zentrum des Platz, meine Celle. Ich will eine große Bombe des Bases und ich will aus der Orbit, wenn es geht. Gehen wir. Ich setze einen Kurs für Pragia. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was wir zuerst machen. Wir haben Said noch offen, wir haben Miranda offen, wir haben Jack offen, wir haben noch einige Leute, die wir erst noch rekordieren müssen. Ich würde sagen, wir machen Jack zuerst. Andererseits, wir sind gerade... Wir sind gerade im System, dann können wir auch gerade Saids Mission machen. Okay, dann sollte ich vielleicht mal tanken. Was hier nicht zu gehen scheint. Und da es die Loyalitätsmission ist, müssen wir Said mitnehmen, was eigentlich ganz sinnvoll ist, weil sowas ähnliches gab es schon in SF1 mit Gareth, Rex und mehr oder weniger auch Tali. Es war bei Tali keine konkrete Mission und da musste man die aber nicht mitnehmen. Ich würde sagen, ich nehme mal Jack mit. Jack kriegt auf jeden Fall... Oh, Schockwelle. Schockwelle ist super. Und Schockwelle ist Crowd Control, also kann man es auch dafür leveln. Said kriegt. Und so, ich habe keine Punkte. Und so, ich habe keine Punkte. Also, ich sehe hier absolut nichts. Ich habe keine Punkte. Ich habe eine Före, Ich habe nicht mehr, ein Shuttle landet neben nuestro, Check es heraus. Hier sie gehen. Ich habe zu beendet. Ich habe eine Före, in der vierte Richtung, in der vierte Richtung zu rot. Das ist definitiv Vito's-Style. Lass uns aufhören. Das ist ein Barsch. Das ist ein Barsch. Die Entruggeräusche sind in der Säule. Ah! Ah! Das ist ein Barsch. Ich werde einen Barsch. Na, schmettern geht jetzt nicht, oder? Ja doch, jetzt schon. Ah, die Tür ist im Weg. Die Tür ist im Weg, so. Ah, die Tür ist im Weg. Oh. Ich frage mich jetzt nur, ob ich die eine Fähigkeit neu skillen kann, ohne dass ich die Punkte, die ich dadurch bekommen habe, verliere. Sie haben die Blue Suns gegründet? Er machte die Bücher, ich lede die Mann. Er hat wirklich gut gearbeitet. Dann Vito hat sich angefangen, zu starten mit Betarianern zu holen. Er sagt, dass die Arbeit weniger wert ist. Die Terroristen, ich sagte. Wir besser gehen. Sie sind auf der Souten Axis. All die Squadaten messen in den Gatenhaus, jetzt! Sie wissen, dass wir hier sind. Bring it on, you son of a bitch! Squad Charlie, Delta, mess auf der Gatenhaus. Hallo? Hat er es jetzt nicht mitgenommen, oder was? Zeid Massani. Zeid. 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 Ich bin doch im Moment doch auch ein bisschen zu aggressiv dafür. Ich werde dich mit mir rausnehmen. Ich frag mich nur, was sie bekommen haben. Ich fange dich an. Fieder, bleib dir hinter dir. Fangen wir zurück. Fangen wir zurück. Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Ich schaffe dich an. Ich schaffe dich an. Oh, nein. Yeah, ein Flammenwerfer. Ich muss nur sagen, dass ich Flammenwerfer absolut langweilig finde. Auch wenn er effektiv ist. Hier nehmt schön hier den Partikelstrahler. Ah, ich glaube, ich weiß, warum keine Dinger kommen. Ich habe nämlich ein bisschen, kann mein Hund vielleicht nicht. Also ich habe da ein bisschen noch gemoddet, dass das Spiel mir nicht die ganze Zeit Tipps in den Cutscenes anzeigt. Und das ist da halt auch dabei. Ich hoffe nur, dass das auch halt, wie gesagt, die Tipps blockiert, weil sonst kann ich mir das halt auch sparen. Ich bin es nicht. Ich hab den Take it a lot Stop Die Die Damn it I'll take you out with me Get them Ich bin in! Womit Nichts kann mich stoppen Ah, was machst du In Deckung gehen will er da auch nicht Das ist doch effektiv Was, hier ist nichts Wieso gibt es den Ort dann Ernsthaft Zaid, bitte Ich weiß, es war nichts persönlicher, nur ein Business, ich versuche Es war 20 Jahre vor Schau dir, ich habe dir ein favori Zaid, bitte, ich werde hier sterben, mach etwas Ich werde dir das